So, liebe Leute, hier bin ich wieder und das Giga-Air braucht noch zweieinhalb Stunden, wunderbar, aber ich gehe heute nochmal in die Höhle, wir haben Müll, gut, wir haben immer noch unsere Sachen dabei, die eine habe ich gebrillt und ich halte diesmal Enterhaken dabei und ich denke wir schaffen das bis zur... Warum hab ich dich so weit vorne richtig geparkt? Na, dann ist ja alles gut. Weil hier ins flache Gewässer kommt er ja nicht. Okay, Leben ist immer noch, was für ein Arsch, komm, die 40.000 schaffen wir noch. Man, wie viel Müll ich habe. Ich habe noch nicht das Max-Level erreicht. Naja, würde mich auch wundern, der ist 354, 200 war der. Mhm, so. Ich habe echt das Gefühl, dass es mit diesem Fleisch besser geht als mit den anderen. So, wie viel haben wir es überhaupt? 14,50, okay. Ich komme ja nicht über die Ecke herum. Zuck, zack zack zack... Der Rest kann erstmal bleiben, das muss ich erstmal wieder suchen. hallo drehe ich mal um so ist richtig überlegen gar nicht mal so weit weg fällt mir gerade auf von der von der höhle bin ich gar nicht so weit weg die war hier hinten irgendwo gewesen ich bin mir sicher das erste fief was mich angreift wird mir im plesio sein das ist sie das schon wieder ist es ist sie immer noch nicht das war wie gestern noch nicht und das wird es wahrscheinlich heute auch nicht sein das ist was mich gleich in der hand gerade ist ein plesio das sehe ich da jetzt schon da haben wir sie schon ist gar nicht so weit weg die hülle müssen jetzt wieder langsamer gehen langsam wir wissen nicht was auch schon was nachgespawnt ist an fiechern oder nicht anhand der türen da oben würde ich einfach mal sagen es ist was nachgespawnt ich muss wieder aufpassen ich glaube hier sind wir dann langgegangen ja so habe ich jetzt nichts böses ist du bist auf neutral oder wir sagen wir dass du auf neutral bist sogar auf attack my target wunderbar so dann packen wir die mal hier drauf die fücher sind immer noch da im wasser allen voran der megalodon ich glaube da hinten komme ich ganz gut hin ich bin hier doch Ach, denn das hier. Ach, du Scheiße. Ich mit 30 komme ich durchaus aus. Okay, ach so, jetzt wechsle es wieder, wenn du etwas schneller bist. Vielleicht finde ich ja sogar einen anderen Ausgang. Wie ist denn hier gelanget? Ach, wie praktisch. Okay. Dein ist das Atemfakt. Ach du Scheiße, das ist ein Alpha Mosa Level 48. 105.000. Hier rein plumpse, bin ich tot. Aber... So, jetzt muss ich nachher den Weg zurückwenden. Ich glaube, das ist das größte Problem. Aber... Wo könnte das Atemfakt sein? Hm. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um, ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung. Was ist hier mit den... Alter Verwalter! So. Da oben war ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Dings unter Wasser ist, oder? Ist das Artefakt unter Wasser? Nee, ich glaube nicht. Wenn ich das rechte in Erinnerung, ist das Artefakt nicht unter Wasser. Hm. Das ist ein sehr gefährlich. Nee. Ach, ernsthaft? Ist das da hinten das Artefakt? Oder was leuchtet da hinten so? Ah, keine Ahnung. Ist ein bisschen dunkel, habe ich das Gefühl, ne? Oder... Genau, das könnte es auch sein. Nee, ich glaube das nicht. Wenn ich hier runterflumpfen klinge, habe ich ein Problem. Das heißt, ich brauche Licht. Verdammt nochmal, wo bin ich hier? Ach. Hier bin ich hergekommen. Okay. Man kann also komplett hier rumlaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob da unten in der Mitte wirklich das Artefakt ist. Es leuchtet da zwar sehr, aber meiner Meinung nach kann ich mir das nicht vorstellen, oder? Ich denke, es ist nur eine Spiegelung oder es sind Quallen. Oh. Oh. Oh, ernsthaft. Das ist tatsächlich das Artefakt. Und... Kann ich das... Eventuell... Ich glaube, ich weiß, wie ich da dran komme. Ohne auch nur gegen irgendein Tier kämpfen zu müssen. Und zwar von oben. Äh. Ja. Von oben. Andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Oh, bitte. Und der Quallen... Da ist eine Quelle. Ich glaube, so leicht wird es dann doch nichts. Eine Qualle ist das, was mir so bereitet. Ich könnte doch einfach... Ich habe nur eine gute Armbrust. Warum? Gehen wir nicht auf einen der Fortsprünge hier? Ah, toll. Oh, scheiße, ich habe noch zwölf Stück. Ich muss eigentlich nur... Die Haie sind nicht das Problem. Die kosten mich zwar... Leben. Die kosten mich zwar Leben, die Haie. Aber... Die lassen mich nicht allein zurück. Meine Rüstung hält das einigermaßen gut aus. Das, was ich jetzt vorhabe, ist nämlich... Okay, hat geklappt. So, wir werden nämlich jetzt mal versuchen, weil der Alpha Megandron macht mir ordentlich damage. Das will ich auch gar nicht bestreiten, aber ich will sie sich da verstecken. Boah, das ist so nett. Das ist einfach kein niedriges. So, das ist eine tote... da ist eine tote Quelle. Wir können die eigentlich alle problemlos beseitigen. Hätte ich eine Pompa dabei? Ah, scheiße. Das dauert mir ein bisschen zu lange. 60 Monters sind alles Kreaturen, die sehr gefährlich sind. Aber sie alle machen zu Schaden. Das ist so was. So, scheiße da drauf. Die Haie sind mir egal, der Alpha Megandron ist mir egal. Aber die Qualle... Wenn die eine erstmal hat, spielt das keine Rolle. Ich muss nur vorsichtig sein. Das Atemfakt ist genau dort. Stimmt, darf ich mich da jetzt vertan. Gut, jetzt ziehe ich jetzt von der Seite nichts. Gehe ich noch mehr rum? Ich muss nur sagen. Ich möchte natürlich sagen. Ich muss nemen. Ich muss das Skosken. Ich muss das Skosken. Das Problem ist, ich muss ja auch später noch mal da hinten wieder zurück. Noch 12 Schüsse. So. Ich brauche definitiv die. Aber nicht die am Land. Puh, ich hätte jetzt wohl doch ein paar mehr herstellen sollen als 30. Ich hätte nicht gedacht, dass 30 so wenig sind. Okay. Wir müssen da hin. Wenn wir alles nicht richtig machen, können wir das Artefakt schnappen und so schnell wie möglich nach oben. Ist es klug? Ähm. Puh. Wir brauchen noch gut und gerne. Äh. Die Qual ist das Problem. Würde ich es schaffen, das Artefakt mitzuschnappen? Das hat sich nicht von still bewegt. muss aufpassen ach so, na kurz okay, als Adderfakt kann man doch recht schnell ran, aber die Sache die mich jetzt irritiert ist, wie komme ich wieder von diesem Ort hier weg? ich glaube, wie bin ich überhaupt hier hingekommen? was war das hier? ich bin hier lang ja, ich bin hier lang ok, jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? da hinten muss ich hin erinnere mich wieder da ist noch eine Euro ah, guck mal ok, ich muss nur überlegen, wo sind die Quallen? ich bin, denke ich mal, hier so lang gegangen scheiße was haben wir das Problem? ich weiß nämlich nicht mehr, wo es hier raus geht hallo? ach du scheiße bin ich hier durchgegangen? ich bin auf jeden Fall hier irgendwie hingekommen Frage ist, schaffe ich jetzt lebend irgendwie wieder zurück? ähm, hab ich jetzt die kaputten? der ist ja eine Qualle ach, was soll's einfach so tun, dass auch ich nicht da wäre einfach so tun, dass auch ich nicht da wäre einfach so tun, dass auch ich nicht da wäre Quallen, Alter da ja ha 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 Okay, hier ist Trumpeter. Ach, keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Ich hab nur zwei. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich sag mir bitte, dass hier mein Tuzo Teutis steht. Boah, liebe Leute. Wir haben's geschafft. Leute, wir haben diese tolle Höhle gemeistert. Ich hab irgendwie so nachgeguckt, wie diese verdammte Höhle heißt. Das ist die Höhle Caverns of Lost Faith. Schnell raus hier, Alter. Ich will diese Höhle nicht umziehen. Die ist gar nicht so schwer, muss ich sagen. Die ist eigentlich recht einfach. Gut, ich freu mich schon auf die andere Unterwasserhöhle. Ich glaub, das war Lost auf... Ähm... Caverns Caverns of Lost Hope. Glaube ich zumindestens. Mann... Wir haben's geschafft. Wir haben... Zumindest geht davon aus, und wir haben auch gespät abends. Das heißt, ich schwimm jetzt... ...wieder zurück. Da haben wir's. Artefakt of the Blood. Das Artefakt des Brutalen. So. So. Ich guck da nochmal, was mein Kieger einmacht. Mann, bin ich gut. Puh. Ein... Ich hab noch zwei Dinger übrig. Oh. Oh, da bin ich ja schon. Ja. Da hinten... Sind wir. Ach ja. Ich liebe den Tuse Teuthes. So. Haben wir hier irgendwas? Was ich meiner entledigen möchte? Nein. Feiner Junge ist das jedenfalls. Ich muss sagen, ich mag die Dinger. Auch die hassen manche Leute, weil sie einfach der Fall nur sind, dass sie zu stark sind. Genau wie die Alphatusus. Ach. Was tut. Zack. Oh, zack. Ah, wir haben's geschafft. Das macht mein Gigai. Wie lange braucht das Ding noch? Nach zwei Stunden. Habe ich tatsächlich gut und gerne eine halbe Stunde dafür gebraucht. Ah, wir packen das Artefakt erstmal dahin, wo es hingeht, zu den anderen Artefakten. So. Das sieht so genial aus. Das könnte meinen, das wäre ein Trophäe. Zack. So. Liebe Leute. Ich hoffe, die Folge ist jetzt nicht zu kurz geworden. Ich würde jedenfalls sagen, wir haben die Höhle gemacht, das Artefakt gesäubert und... Artefakt geholt, die Höhle gesäubert. Na gut, gesäubert haben sie nicht. Sie sind von A nach B geflohen, könnte man sagen. Aber die Haie waren auch ziemlich lahmarschig. Die haben mich zwar einmal erwischt, aber dank der Rüstung ist das auch kein Problem gewesen. Von daher würde ich sagen... Halt, es ist soweit. Ich würde jedenfalls sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.